Hallo Freunde und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir den Eisenrang erreicht, sowie haben wir drei Raketen nach oben geballert, beziehungsweise eigentlich eher zwei. Die eine ist am Boden lang geschossen, die andere ist dann abgehoben und die letzte haben wir in 177 Meter Höhe gleich geschossen, was natürlich mega, mega nice ist. So, aber wir haben hier eine neue Nachricht. Das ist jetzt Philips, sagt Teddy. Was kommt jetzt? Wow, deine Raketen sind so cool. Wenn ich groß bin, will ich auch wie du sein und so coole Raketen bauen. Kannst du vielleicht was mit meinem Teddy bauen? Ich würde ihn so gerne fliegen sehen. Klar doch, sicher. Wow, das ist so spannend. Hier ist mein Teddy. Das wird so spitze. Ich kann Teddybären herunterladen. Aber nicht schlecht. Okay. Hier erklärt mir jetzt gleich das mit dem Eisenrang. Eisenmitglied bei YouTube fühlt man sich so als Influencer. Haha. Und du musst noch nicht mal Rocket Skirts Herausforderungen schaffen. Nicht mehr lange. Und ich bin der Top-Kanal bei XSAR-Typ. Die Herausforderungen schaffe ich trotzdem noch. Wart es nur ab. Ich liebe es, Akut. Und hoffentlich bekomme ich viele weitere Teile. Das ist so mein Gedankengang. Mehr Teile, mehr Raketen. Viel geiler. Wo wir gerade davon sprechen. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird definitiv... Eine Klopapierrolle. Wow, Müll. Vielen Dank. Haha. Probier es aus. Kannst du die Leute sicher reden? So. Dann wird jetzt wahrscheinlich das Start über die paar Nachrichten schicken. Glückwunsch. Du hast den Eisenrang erreicht. Ich fand unsere Tags sicher. Hast du sie inzwischen bereits verwendet? Ich liebe sie. Ich verstehe sie nicht. Wir tun mal hier Angehörten. Ich liebe sie. Bitte antworten sie nicht auf diese Nachricht. Ich drücke mir eine Plattform generiert basierter Algorithmen Text. Dann gibt es vielleicht ein, zwei Infos immer raus. Ich finde das so. Jetzt muss ich natürlich weitermachen. Dann kommt immer wieder. Bitte antworten sie nicht auf diese Nachricht. Ich antworte euch nicht mehr. Nur noch zwei Ränge. Der nächste Rang ist Bronze. Du brauchst 250 Abonnenten, um ihn zu erreichen. So. Jetzt gehen wir wieder Raketen bauen. Jetzt haben wir nämlich Teddy. Und wir tun natürlich Teddy als Zielsetzen. Spielsachen. Teddy. Der Teddy kriegt einen Raketenkopf. Drunter kommt der Booster. Und dass er schön fliegt, kriegt er so schöne... Einer geht nicht mehr aus. Schade. Wollen wir das Ganze ein bisschen länger, dann ist er vielleicht stabiler. So schön hier außen anbringen. Zack. Und bauen. Oh, ein bisschen misplaced. Oh, wow, wow, wow. Starten. Okay, ready for liftoff. Drei. Zwei. Eins. Liftoff. Puuu. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir brauchen mehr Boost. Okay, wir enden. Und ich würde mal sagen, wie die hochladen. Wir nennen das Improvisation und... Fliegengewicht. Deine Rakete wiegt weniger als ein Kilogramm. Weggeworfen. Nennen wir das Teddy to the sky. Teddy to the sky. Und wir verwenden wieder natürlich das Abhebebild. Und Video hochladen. Hochgeladen. Oh. Oh. 3000 Aufrufe. 30 Abonnenten mehr. Das ist natürlich schon geil. Fortsetzen. Oh. Auf Wiedersehen, Teddy. Mama wird dich vermissen. Da brat mir einer einen Storch. Coole Teddybärenrakete. Das ist natürlich schon nice. Vier neue... Bitte was? Channel Tipps. Weitere Herausforderungen. Teddy gesehen. Mhm. Danke. Ich hab mir einfach nur das gemacht, was meine Kinder für mich gebeten haben. So. Trash Ritz Clubpapier nutzt. Ich baue einfach nur gerne Raketen. Mein Freund. Aber wir werden Verschwendung, Aktivkanal zu vergrößern lassen. Lass mir Tipps geben. Wenn du mehr Abonnenten musst, musst du Herausforderungen annehmen. Du brauchst Verbindung. Ja. Hast du denn eine Herausforderung für mich? Die gleiche Sprache. Wie heißt es mit einer 50 Meter Herausforderung? Klingt gut. Ich fahre dich heraus, nicht viel höher zu steigen. Du musst schließlich klein anfangen. In Ordnung. Gehen wir es an. Herausforderung bekommen. Sid Phillips findet das natürlich cool. Das war klasse. Hier ist die Puppe, meine Schwester. Du solltest sie einmal fliegen lassen. Ist deine Schwester damit einverstanden? Naja. Eigentlich weiß sie gar nicht, dass ich sie genommen habe. Ah, sie findet das sicher cool. Nicht einfach die Sachen so nehmen. Das nennt man stehlen. Wir müssen ein bisschen Responsibility auch zeigen. Wir können nicht einfach... Oh, du hast recht. Tut mir leid. Hast du vielleicht ein anderes Spielzeug, was ich in den Himmel schicken kann? Ich hätte da diesen Roboter... Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Prima, nehmen wir doch den. Ja! Roboter... Roboter tut es geil. Nice. Ich liebe innovative Raketen. Danke, ich bastel gerne mit Recyclingmaterial. Halte. Beidefalls werden wir prima miteinander rauskommen. Okay, cooles Video. Oh, Rocket Girl. What? Erste Sahne. Was für ein Zufall. Ich hätte genau die gleiche... Den gleichen Tent, als ich clever. Oh mein Gott, Rocket Girl. Ich bin ein großer Fan. Erst nachschreiben, dass ich ein großer Fan ist. Ah, danke. Und sie ist still. Still. Okay, wir machen... Ähm... Machen wir als erstes mal... Neue Höhen. Dafür bauen wir eine Standard-Rakete. Ich glaube, die letzte ist nicht so weit geflogen. Deswegen tun wir zwei Booster dran. Und... Bauen. Klack, 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 klack. Und sie steht. Zum Startplatz. Drei. Unter 50, 100 Meter. Puh. Und... Ja. Wir drehen um. Perfekt. Okay, beenden. Okay, beenden. Hochladen. Aussicht zur Verwendung einer Struktursitz. Ähm... Und orange. Dann nennen wir das 50 Meter Challenge. Machen schönes Video. Zack. Hochgeladen. Hochgeladen. Und... Oho. 6500 auf 34 neue Abonnenten. So wollen wir das fortsetzen. Fung. Würde ihre Kammer auf Linear-Mode genau auf den Horizont zu reflektieren. Keine Luftblasenlinse. Nein, Ei. Fischei. Was? Wusch. Das gefällt. Boom. Bang. Kutuko. Benko. So. Jetzt redet er wieder mit uns. Ganz niedlich. Schätze schon. Natürlich willst du das. Wie hast du das? Sagst du. Wer wumms? Hör zu. Wenn du die nächste Herausforderung schaffst, dann gebe ich dir einen Bauchner für einen besseren Booster. Wow, cool. In Ordnung. So, bin ich dabei. Viel Glück. Was ist die Herausforderung, mein Freund? Raumrotter, neue Höhen 2. Okay. Ah, da würde ich, glaube ich, einfach dasselbe Modell wieder vornehmen. Das machen wir jetzt noch schnell, weil neuer Booster, das macht den Teddy happier. Würde ich sagen. Und das schaut dann viel cooler aus, wenn der Teddy so richtig hoch ballert. Wenn man nicht ein bisschen aerodynamisch kleiner. Setzen die verschiedenen Booster dran, weil wir waren sehr nah an der nächsten Höhe. Aber ich könnte vier Booster dran, oh holy shit. Okay, let's go. Setzen wir das alles zusammen. Zum Start. Drei. Zwei. Eins. Lift off. Puh. Und? Oh, ganz knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Rekordentfernung von 25 Metern. Okay. Hab ich die Herausforderung nicht angenommen, oder was? Wie die hochladen. 100 Meter Challenge. 200 Meter. 100 Meter Challenge. Powerbust fliegen mit Gericht. Und wieder hochladen. Das kriegt doch nicht so viel aufgefahren. Hä? 29 Abonnenten. Klick, 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 klick. Hat die Herausforderung nicht angenommen, oder was? Oh, fuck. Ich hätte das Ziel setzen müssen. Oh, no. Fucking shit. Okay, nochmal. Booster. Ich will trotzdem probieren, ob wir es mit vier auch schaffen. Bauen. Jetzt gehen wir voll Wumms. Zum Start. Drei. Zwei. Eins. Fem. Aber auch nur ganz knapp. Warum nur ganz knapp? Das war komisch. Aber okay. Wir haben es geschafft. So wollen wir es doch. Wieder hochladen. Wir machen hier. Ah, schon zu oft verwendet. Mega Boost und altmodisch. 100 Meter Challenge for real oder sowas. For real. Das Bild finde ich gut. Ich finde das auch geil. Video hochladen. Und. Video hochladen. Wie viel auf? 4.000 Aufrufe. Uh, 35 neue Abonnenten. Fortsetzen. Bumm. Was für eine schöne Rakete. Was? Hat. Wie sich Feuerwerkskörper zu Raumfahrten entwickelt haben. Okay. Schauen wir uns später an, würde ich sagen. Wir wollen heute noch Teddy hochschicken. Und dafür müssen wir mit ihm über Raketenhöhen reden. Mittelgroßer Booster. Gleich mal herunterladen. Ich wette, viele Leute würden dir mehr Teile für ein Projekt geben. Das ist ja nicht gerade. Du musst rumfragen. Okay. Dass ich welche bekomme. Es gibt viele Leute, die im Internet, die können Materialien zufüge stellen. Ähm. Zip Philips. Genau. Warte. Zack. Einige Sachen. Bessere Software. Stofftheorie. Ja, ich hab ja noch eins. Das will ich jetzt hochschießen noch für die Folge. Okay. Wir nehmen diesmal Raumroboter. Und dafür fangen wir natürlich mit Roboter an. Und wir haben jetzt ein schönes neue Booster. Und die... Die befestigen wir jetzt... An den Beinen. Bauen. Der liegt. Warum liegt denn der? Drei. Zwei. Eins. Roboter, tu das geil. Das war ja ein Seitenflug, würde ich sagen. Okay. Epischen Tech. Was? Epischen Tech? Perversling. Eine Gipfelhöhe von 34 Metern. Warum perverslich? Zeit zu spielen. Selten und wir nehmen episch und selten. Raumroboter. Tu. To the side. To the side. Fum. Das schaut cool aus, das Bild. Das zeigt mir ehrlich. Okay. Wie viel kriegen wir jetzt dafür? Holy shit. Okay. Und Instant Bronze. Instant Bronze. Was? Holy shit. Okay. Fortsetzen. Rodger Girl Wannabe. Jetzt geht's so. Off to colonizing space. Okay. Fünf neue Nachrichten. Benko. Feuerwerk. Freedom Warrior. Startube Änderung. Wegen den Spielzeugvideos. Cool. Hey, hey, hey. Ich werde meinen Roboter vermissen. Er hatte einen guten Flug. Yay. Okay. Wegen der Spielzeugvideos. Ich habe Videos gesehen mit den Spielsachen. Hatte echt beeindruckend. Das ist ganz schön viel Aufruf. Ja, diese Kinder sind echt der Knaller. Voll durchgeknallt trifft es eher. Also, wo hast du nächstes Video geplant? Das ist der Typ. Ein Typ, der mir... Der gibt mir... Sollte Kinder nach den Spielzeugen fragen. Habe ich schon befürchtet. Oh geht's. Oh Gott, oh Gott. Das ist die meisten Kommentaren. Ja, mhm. Du springst dich auf in eine lucrative Geschäftsidee. Punkt. Ich spiele so vieles, die du mal da machst. Sicher bekommst du auch aufwoll dafür, aber du begibst dich ganz schön zwielig, bevor du die Leute gefallen fragst. Überleg dir genau, welche Art von Inhalten du erstellen willst. Okay, danke für deinen Rat. Ich will weitermachen. Ach komm. Okay. Jetzt kann ich Rocket Girl solche Fragen. Jetzt gehe ich hier wahrscheinlich mit innen vor. Ja, du bist jetzt Bronzerang. Gleich bist du Silber. Megageil und so. Freue mich, dass es Rocket Girl kommt. Okay, wir antworten die mal nicht. Hauptsache sie schreiben selber. Ähm... Startube Änderung. Okay. Danke. Hallo. Was willst du von mir? Alter, das ist natürlich reden. Mit können wir nichts zu tun haben. Was soll ich mit der Hacker-Community anfangen? Das sind üble Vorteile. Hacker sind doch keine Kriminelle. Schwarze Schafe. Mhm. Wenn ich eigentlich nur wunsch. Es gibt sowas wie ethischer. Jetzt sind nicht alle mit der Arbeit noch verstanden. Mhm. Das sind nicht gerade mein Passwort-Charakter. Das nehmen wir doch. So, okay. Ha, keine Sorge. Das Passwort ist sicher. Jedenfalls. Ich weiß, wir können rauskommen, wo ein Abonnentensystem aufgebaut ist. Mhm. Also können wir sozusagen... Will er damit meinen, wir können das Abonnentensystem auseinandernehmen, oder was? Im Ernst? Gut zu wissen. Wir haben schon so viel Text. Ja, oder? Jedenfalls aus, wenn das jetzt ziemlich einfach ist, die Spuren in Algorithmus zu verfolgen mit dem Skripten. Und welche Multipuren auf die Gesamtanzahl angewendet werden. Das sind Informationen, die jedem Start-Tipps überhelfen können. Ich finde, meine Lust ist geweckt. Ähm. Ich freue mich zu hören. Ich bin gerade abgeschlossen und inzwischen besonders benutzerfreundlich. Seit den Layout von Start-Tipps so ändern, dass du noch einen Schaltfläche klicken musst, um das Skript auszuführen. Ja, gib, 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 gib. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. Fertig. Aha. Das ist sozusagen meine Seite gerade. Was ist, wenn ich jetzt hier draufklick, kann ich mir die... Ah, guck mal, da kriegt die Rakete wieder. Cool. Das ist neu. Benko will auch noch was von uns. Aber, Leute, ich würde sagen, da setzen wir beim nächsten Mal fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Bist-A-T-G-I-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Alles veränder. Alles veränder. Bist-A-T-G-G-G-G. Bist-A-T-G-G-G-G. Bist-A-T-G-G. Bis zum nächsten Mal.